hallo leute so habs aktualisiert und es geht Lee und Fakty Messi eigentlich hat der mal ein Info und es ist die neue Timo durch das ist gar nicht so schlecht Insigne hat der zum Volkrat das ist ja nice lasst mir schon ein Like da ich mach ein Draft mit Messi und die anderen ja guten Spieler dann nehmen wir die Formation ist auch gut für den Messi no way ich hab noch nie in meinem Leben geliebt ok den kriegen wir auch nice na was sollen wir nehmen sollen wir Emre Can mitnehmen na komm ich nehm alle mit jetzt gehen wir gleich zu den rechten Flügel scheiße ok Messi ist da aber leider nicht der ok den lassen wir diesmal nehmen wir nicht mit wir gehen auf Risiko und nehmen den mal nie mit wo musste der der Totti ähm Messi sein schade gehen wir gleich mal zu den Stürmer und das ist Modest der neue Inform einen den nehmen wir auch mal gleich mit dann gehen wir zu den Keeper und da nehmen wir den Bravo mit soll ich den mitnehmen oder Savic der macht halt mehr Chemie deswegen nehm ich den mit ach sag na ne ich nehm Colman den nehm ich klar mit oh shit jetzt geb ich hier Boateng ich nehm den mal mit weil der linkt jetzt gehen wir zu den linken Flügel und Sunny what the fuck ich krieg's da nie vielleicht krieg ich in der im Bank ähm Lionel Messi in Form hoffentlich ok sieht noch nicht gut aus dass ich den krieg ich glaub ich werd den nicht kriegen ich glaub den werd ich nicht kriegen ok jetzt kommt der letzte Position für Lionel Messi boah das könnte ein Schott sein aber ich nehm den mit mach die aber ja Chemie ok ok der kommt leider nicht jetzt brauch ich nur einen Innenverteidiger von Premier League und hab ich schon und tun den rein haben wir schon voll Chemie und der Keeper wird noch Manuel Neuer ey ich wollt ich schwör ich ich wollt schon sagen kriegen wir den Neuer haben wir gekriegt vielleicht kommt nicht auf 100 Chemie wir haben ja noch den Manager vielleicht Pushter für uns noch ich kann jetzt wirklich nichts mehr machen für okay bitte es soll jetzt ein guter guter nee oder er gibt nur ein 100 boom ich wusste es ich wusste es boom schaffen wir es doch noch schaffen wir es doch ja man lass uns schon mal ein Like dafür für dieses Food Draft Neural Missy Draft okay den hab ich noch nicht gekriegt aber schuldig aus als ob ich jetzt hier verliere oh mein Gott okay das ist okay die Packs lohnt sich nicht aufzumachen da kommt nur ein Scheiß guter gleich zu dem zweiten Versuch es gibt heute vielleicht auch ein Parkopedic für den und zwei Mal es war oh mein Gott ich hab erst jetzt gemerkt dass ich zu weit ich kriege die Linienaufgleich noch mit und dann kriege ich noch Hackeltisch okay nice ist das mit Malisa doch nicht jetzt gehen wir erstmal zu den Linken der Flügel und da kriegen wir Neymar Team auf den Gruppstisch das what the fuck was ist das für Mittel ja okay außer der aber dann ist es schau mal nice das ist mit dem Feld ja Verteidigung ist ja scheiße ja das ist sowas war scheiße aber so eine Verteidigung hatte ich noch nie und zwar ein Keeper oh mein Gott okay den kriegen wir eigentlich nicht kriegen 100% werde ich Messen nicht kriegen der ist richtig selten oh mein Gott 90er Higuain Higuain ich meine ja oh 9er Insigne der 87er bitte oh mein das wäre so schön okay jetzt ist die Frage den und den nehme ich sehr viel mit aber von die drei ersten drei soll ich Higuain mitnehmen oder soll ich Müller mitnehmen ich glaube keine Ahnung ich nehme mal Ibrahimovic komm ich nehme den mit den mag ich richtig sehr dann nehme ich mir noch den mit er hätte auch Chemie geben können der hier bringt echt viel ja okay jetzt nicht so viel aber okay wir nehmen den mit tun den da rein scheiße hätte ich den Spanien mitgenommen vielleicht bringt der noch ein bisschen mehr ich glaube ich kann hier nichts mehr reinhauen vielleicht bringt der noch was ein bisschen 98 mit dem Manager können wir vielleicht noch auf 100 kommen ja mit dem Spanier nice das ist richtig nice dass wir Ibrahimovic noch zu haben und zwar das leider durch Messi wir machen drei Versuche dass wir den kriegen wenn nicht scheiße ach du scheiße ich gewinne hier gerade 5 zu 0 ach du scheiße nice na ging also na scheiße hab ich gewinnt trotzdem gewinnen Suarez macht sein Doppelpack vielleicht macht er seinen Hedgewick klappt nicht ach du scheiße oh mein Gott das war richtig knapp okay mit City ja die sind auch gut na dann kriege ich meine Rot Neymar Williams ja 2-0 gewonnen safe oder ja na ist jetzt noch Totten Halbsburg das ist auch richtig gut ja ich werde ich glaube gewinnen das wäre mir safe gewinnen wenn wir auch noch ein footdraft und dann vielleicht können wir da Messi dann mache ich noch so paar Picks auf und dann war es für dieses Video abonniert meinen Kanal drücke die Glocke man weiß nicht dass ich ein Video hochgeladen habe habe ich habe ich habe die Glocke oh mein Gott ich habe die Glocke ich habe die Glocke einen guten 1080er Mann nur das Glocke oh scheiße ich habe die falsche wird gut dass der geht aber schon fast übersehen gleich darin rüber und ist kann man ich muss be mitnehmen Nein, das war klar, dass ich den mitnehme. Gott. Ah, wie geil! Oh mein Gott, wie geil! Oh mein Gott! Die 3, wie habe ich noch die geschafft? Ne, man braucht die 94er. Und ein Patrick-Karten. No way! Ich habe die Bräune. 90er. Ich habe einfach 90er-Spieler gesehen. Habt ihr mitgenommen? Hab ich gesehen, dass es halt... Ja, der ist. What the fuck? Den will ich so gerne reittun. Vielleicht für den aber... Oh mein Gott, ich habe noch ein 90er-Rating. Rating ist gut, Chemie ist scheiße. Okay, das Chemie wird scheiße sein, wirklich. Wenn die Verteidigung halt nur... Momentos ist. Oder... Beziehungsweise... Die Liga von... Oh mein Gott! Das ist die Frage, Ramos... Oder Marcelo. Oder Marcelo. Seju. Oder Marcelo. Nimm Seju mal mit. Und tausch die so. Macht noch ein bisschen Schirm. Ich habe keine Sturm gefunden. Oh mein Gott. Vielleicht bringt der... Nee, okay, das war... Das ist okay, bruh. Scheiße, was soll ich tun? Keeper? Hab ich den? Tue ich den mal rein? Ich glaube, ich kann nichts mehr machen. Dann... Geh wir einfach mal zu Draft rüber. Neh, neh, neh. In England nochmal... Ah, jetzt kann ich schon wie gebracht, bruh. 166, okay. Das letzte war ja das Schlechteste, aber... Nein, nein, nein. Keine... Okay, ich mache es doch gerade da. Mach ich aber nicht. Oh mein Gott! Ich wollte eigentlich den schon mitnehmen. Nein, so, no, no... Okay, nun habe ich gleich zur Richtung. Du ja, nimmst. Oh mein Gott. Ich bin der... Ibrahimovic. Ich bin der Sünde. Nein. Ja, okay, das ist schon ein geiles... Ja, ein Team. Ein geiles Team, aber... Ja, das ist eigentlich schon geil. Aber... Ich finde es eigentlich nicht so geil. Weil... Ja, keine Chemie und so. Das ist... Das finde ich halt scheiße. Und... Oh mein Gott. Okay. Okay. Nehme ich mit? Komm, ich nehme sie mit. Weil... Ich habe kein Schuss. Ich begebe. Scheiße, ich bin... Was... Was hat der für ein Rating? Ja, 95. Genau. Was... Was überlege ich jetzt? Umas... Masch... Masch... Mascherano. Mein Gott. Ähm... Dann nehme ich den mal mit. Einen Stürmer habe ich auch nicht. Scheiße. Ah, cool. Er kommt doch. Aber ich brauche... Ich nehme einfach mal den mit. Innenverteidiger und der Keeper muss raus. Oh mein Gott. Ich hatte noch Glück. Einen... Innenverteidiger. Na, hätte ich das Ding mitgenommen. Na, wenn... Na, kann ich dann noch was machen? Ich glaube, ich kann nichts mehr machen. Und... So sieht unser Team aus. Neunziger... Argentinier... Brinkens... Spanier... Engländer... Der Brasilianer war es, glaube ich. Nee, der Spanier war es. Hat uns ein bisschen mehr Schmie gegeben. 95er Sturm. Ja, dann... Mach ich einen Cut und dann sehen wir uns unsere Packs. Okay, ich bin im Finale gegen FC Bayern München. Vielleicht werde ich gewinnen. Ha. Doch nicht. Was? Als ob ich jetzt gewonnen habe. Vielleicht kriege ich in 100 Kassen einen guten Spieler. Ha. Hoffentlich... Gucken wir mal. Ha. Und... Letzter... We have casted... Oh my god. Oh... No way. Ich krieg gleich den 1st Pick Suarez. Wie... Suarez ist... Geil... Mal... Schlecht. Nice. Gehen wir mal zu den nächsten Pack rüber. Ich will nur den E-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Okay. Es gibt vielleicht morgen ein Pack-Opening. Und da mache ich einen Challenge, dass ich Messi kriege. Und... Ja. Letzter Pack. Jetzt ein guter. Komm. Wir gucken weg. Ich gucke weg. Und... ihn von Mother One Percy. Ja. Und das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat... Lasst den Like da. Lass den Like da. I-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Nein! Aber da... Einmal... Nein.